niemand braucht die schwach taschenlampen schwachlampen genau schwachmaten können wir auch ja eine mate wäre cool das war einer der großen vorteile meines alten jobs jedes mal wenn ich ins büro kam konnte ich mir mate und cola mate vor flieh nehmen im neuen büro nicht ich war schon lange im neuen büro gibt es nur eis obst und süßkram ist auch nicht schlecht aber gut im alten job bin ich halt nur einmal im monat ins büro gefahren momentan wirst du auch nicht so oft ins büro nein aber im alten job bin ich halt die restliche woche nach hamburg gefahren ja außer du bist ein halbes jahr mal da gewesen und wohnst da nicht dann ist auch doof also wir brauchen geister event bewegungssensor und emf reader ja dann wo ist denn der was ist das denn da oben ich weiß wo ich gehe soll ich vorgehen oder will jemand anders vorgehen und das ding anmachen okay dann gehe ich wieder zurück ja ich schaue dir ich schaue dir zu bitte bitte einmal den schlüssel nehmen auf der anderen Seite ich glaube irgendjemand hat den schlüssel schon gemobst deswegen müssen wir auch ins gefängnis beziehungsweise ich gehe rein weil ich habe eh nur emf reader und ja stopp irgendjemand ist gerade reingegangen das war mit thermomix ja das war dex ich folge ihm gerade unauffällig also seine kamera ich bleib hier stehen stimmt man konnte auf der seite nicht hoch doch 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 du musst einmal aus links rum und dann ist das die zweite oder dritte tür links und dann müsste da die treppe sein und dex war nie wieder gesehen und hast du den geist ich suche ja gar nicht das ding sie da oben weil dex geht ja hin du warst allerdings schon näher dran ich weiß aber dex hat die treppe gefunden so bewegungssensor angebracht hast du jetzt wirklich den bewegungssensor irgendwo angebracht ja alter falter hey so zumindest raus ob sich da was bewegt ja satt oh man nein nein wir suchen noch warte du musst weiter geradeaus nicht in diesen raum nicht in diesem raum weiter geradeaus jetzt genau und da ist eine tür da musst du durch diese treppe diese tür dann musst du um diese mauer rum nein nein mehr nach wie heißt das wort ja das und jetzt noch weiter in die richtung und wieder zu mir mehr das andere wort eine der beschissensten stellen um den strom hinzubringen aber ich habe nicht hin gelost ich gehe mal knochen sammeln hast du den knochen die frage ist halt wie warm es hier ist und jetzt macht er sich auf dem chef sessel bequem der kaffee ist noch warm 11 grad in am besten der tatsache dass deck sich gerade auf einen lederstuhl gesetzt hat ach ich weiß nicht ich hätte gerne auch einen lederstuhl oder überhaupt einen anderen stuhl wir haben jetzt 21 uhr und 44 minute ja es ist noch nicht spät genug für diese welt ja oh ich bin in dem wunderschönen hospital 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 im hospital war ich auch noch nie komm hoch guck's dir an ach die tür ist schon offen ich will mal denken ich will lachen ja ja das ist der geist der geist der lacht uns schon aus oder was was guckt deine frau keine ahnung keine ahnung irgendwas mit zwei kleinen menschen keine ahnung was wo ist denn minus sieben grad überall ich habe mich dann verlaufen und bin wieder runter gelaufen warum lacht satt mich schon wieder aus weil das kann nein satt lacht dich nicht aus er lacht mit dir ja stimmt ich lache immer nur mit leuten ich würde nie über leute lachen sag mal blackie du bist heute aber auch ein bisschen hinten dran hm leder und minus sieben grad wo bist du meinen stuhl bekommst du nicht nein dein stuhl behältst du das ist schon okay ich muss ja selber noch den anderen minus minus sieben grad ist bei blackie nicht bei satt oh ich höre wasser bist du noch oben ja ich kann nicht sehen wo kommst der ich höre kein wasser ich habe den knochen gefunden wo bist du das ist so cool brauchst du nicht ich habe schon ich komme und safe den tag ja ich bin doch schon oben da 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 aber ich kann ja schon mal ich könnte ja mit dem imf vorbeikommen das würde vielleicht auch helfen nein nein das ist nicht ich weiß hier nämlich einfach viel zu warm das ist doch scheißegal ich kann ja das gefrierzeug mitbringen ich bin hier also bitte in noise nein in noise ist gewitter komm her komm her komm her da ha meins hier ist es aber auch 4,5 5,4 grad hier oben ist es wahrscheinlich 3 grad 4 grad wo stell ich denn hier zum teufel die Kamera auf ey das ist ja schön hier ist doch das Klo hahaha immerhin könnte ich hier theoretisch rausfinden seid ihr oben bei äh bei der Krankenstation mhm kurz davor aber wo ist der Knochen habt ihr den schon den hab ich alles klar ja ich hab den Knochen waff wo stell ich denn die scheiß Kamera hin stell sie notfalls hier hinten in die Ecke und dann äh auf den Boden was ich ja geil find ist dass man durch diese Absperrungen nicht durchlaufen kann ja ich hoffe dein Kinderarzttermin ist nix Schlimmes so Kind schläft und ich werde nicht leider noch ins Bett gehen ja alles klar dann schlaf gut Loray und ähm ähm ich schließe mich mal Kittys Wunsch an äh dass es nicht Schlimmes ist weite Richtung scheiße glaub ich da ist nein ich geh nicht in die Cafeteria da gibt es nur noch kalten Kaffee wir kriegen die Info nachholen achso ja dann ich hab'n MF 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 2 ist doch ganz einfach habt ihr das Wasser auch fotografiert ja 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 so ich hab'n MF ich hab'n MF ja Bewegungswälder wär' da oben vielleicht nicht schlecht oder ja lass' ich den Foto ich geh'n's erstmal hier ich bring' mal die Sprachbox mit und hat er dann ein Buch dabei ja Krippe Info nachholen schön dann wünschen wir dir doch alle eine gute Nacht dabei genau ja das tun wir und nächsten Montag wird's vielleicht ein wenig besser mit dem Kleinen ist es noch weit? noch sehr weit Warum gibt's bei Fasmo queine Schnellreise zum Geist ne Schnellreise zum Geist äh ja verdammt es geht ganz einfach githi 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 youãos ja schon you die해� sind Genau Vetzy 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 K violation wo bist du hinter dir wie alt bist du wo bist du wo bist du ja ach Hier ist schon wieder jemand. Ja, ich habe die Kamera aufgestellt. Verliebt damit. Soll er eine sein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie die Geräusche gehört. Oh, da ist schon wieder Wasser. Du bist doch gerade aus... Nee, ich habe es nicht ausgemacht. Ich habe die Kamera aufgestellt. Also, dem EMF sind wir durch. Hier brauchen wir nur Bewegungssensor und Geister-Event. Bewegungssensor habe ich gerade hingedinkst. Neben die Tür. Einen. Oh, hier. Das heißt, wenn auch immer der Geist losjagt, dann sollten wir da nicht rausrennen oder so. Ich denke jetzt total logisch. Ja, finde ich auch. Ich glaube, noch nie hat irgendjemand Satt... Ja, der Bewegungssensor hat jetzt gerade ausgelöst. Hat er ausgelöst oder hat er auch den... Der hat jetzt gelöst, das Aktiv. Aktiv. Jetzt brauchen wir nur noch Geister-Event. Oh, wir haben zwei Bewegungssensoren. Und zwei Trottel, die durchlaufen. Ich nicht. Ich renne jetzt erst durch. Oh, shit. Ich reakt. Das Licht ist jetzt endlich wieder aus. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das so hell ist. Da ist ein Orbs. Da ist ein Orbs. Das ist doch Schwarmes. Ein Klo. Also, wir haben... Welches Klo? Im Geisterorten auf jeden Fall. Ähm, das... Hör! Alter! Das ist nur Dex. Ja, wenn er mich nicht so einhaucht. Also, das ist mittlerisch hier. Genau, wo du gerade reinleuchtest. Gut. Ja, war er auch gerade. Ja, ja, ja. Das gehört habe ich auch gehört. Aufs Klo gehen? Ja, ich... Der Geist ist da. Ich muss eine Wurst setzen. Ich will nicht mehr mit euch reden. Das macht einfach keinen Sinn. Ich will nicht mehr mit euch reden. Egal, was macht der Wurst. Ich muss eine Wurst setzen. Nein, ich suche eigentlich nach... Fingerprints. Das ist... Boah, schoner ist keiner. Aber vielleicht ist es jetzt ja wieder gefüllt. Ich weiß es doch nicht. Also, ein Geist-Event haben wir auch hinter uns. Also, hier sind nur noch den Rest. Was ist denn der Rest jetzt? Was ist denn der Geist? Wenn wir die Rests rauskriegen. Was haben wir denn bis jetzt? Warum ist das Licht wieder an? Achso, ich bin durch. Ja, es gibt doch keine. Geister-Orbs. Ich weiß nicht, ob einer in dem Buch was reingeschrieben hat. Buch ist jung... Nein, Buch ist nicht jungfreudig. Damit hat er vermutlich mehr geschrien als ich heute. Kreuz und ein bisschen Gekraxel. Oh, Writing. Wenn ihr Verstärkung braucht, sagt Bescheid. Wir brauchen noch Freezing und Amps. Freezing und Amps. Oh, jetzt jagt er. Oh, schade, dass ich draußen stehe. Direkt vor der Tür. Wir haben einen Vierer. Er jagt? Also es ist entweder ein Shade, wenn wir Amps kriegen, oder ein Yurai. Äh, ich bin doch in den Raum rein. Komm, geh aus. Sie sind immer noch nicht fertig. Ne. Wir sind halt Elite-Stacks. Man muss es genießen. Du verstehst das Problem. Ja. Also die Disco-Fiz ist cool. Ich verstehe das Problem, weil ihr absolut unfließbar seid. Achso. Ungediesbar. Das ist ein geiles Disco. Wir haben's. Ja, er hat mich gesnackt. Oh, ich bin noch. Alles gut. Ich bin Elite-Snacker. Snack, snack. Elite-Dex. Erst hat er mich noch ange... Und dann hat er mich gesnackt. Ja, das... Ich hab' ich verstanden. Hab' ich gehört. Zurück zu der Frage, ähm... Jetzt, wo wir Dex gesnackt haben... Können schon Jura sein. So, jetzt geh' ich mir hier einen Kaffeebecher holen. Elite-Dex. Ja. Elite-Dangerous. Elite-Dex. Zwo, eins. Risiko. Zwo, eins. Dexiko. Fingerpum. So, was hatten wir jetzt? Wir hatten, äh... Geister-Orms. Zart. 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 Ja. Hab' ich den Pillen? Okay. Ja. Ja, 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 ja. Hä? Hat sich nichts geändert? Doch, doch. Jetzt viel, viel besser. Okay, ich hab' jetzt noch ein Kreuz. Und ein Fotoapparat. Was brauchen wir jetzt immer noch, ähm... Gefriertemperaturen oder... Oder als Rämpfer. Nee, äh, oder Ämpfer. Gefrierer oder Ämpfer. Aber Gefriertemperaturen müssen wir doch jetzt schon haben. Ja, theoretisch schon. Wollen wir noch mal gucken? Ja, mach mal. Und mit wir, meine ich, kommt jemand mit? Ihr wollt mich doch nur wieder schreien hören. Niemand will dich schreien hören. Doch. Na, ich bin auch unterwegs. Ich bin auch da hinterher. Was, du gehst dem Otto hinterher? Ja. Eindeutig, der Otto läuft. In Cyberpack gibt's auch einen Dex. Es gibt sogar einen Spieldammens-Dex. Ja, ich weiß. Gibt's im Spiel... Gibt's denn Dex auch ein Dex? Natürlich. Jetzt wird's Meta. Dexception. Läuft jemand hinter mir? Extra Energy oder so Ach nee, das ist wieder Werbung Ja Jetzt kann man ja hier so alles klauen Ist das ein Schwamm? Zumindest läuft das Wohin läuft es denn? Was die Temperaturen angeht, wir haben immer noch 6 Grad 5 Okay, lass uns gehen Okay Lass uns still gehen Ist nur die Frage Ich bin der letzte momentan Jetzt nicht mehr Jetzt ist Kitty die letzte Was? Müß ich den Geist nicht sehen? Theoretisch ja Hat er noch? Läuft er noch? Er läuft durch die Gegend Ja, aber jagt er noch? Ja Ich find ja nix, ich seh hier nur schwarz Ich seh schon ein bisschen was Also hauptsächlich deswegen möchte ich das Licht noch anhaben Um rauszufinden, wo ich bin Ich bin tot Nee, er jagt doch Ja, ich bin tot Jetzt bist du tot Ja, jetzt hat er auch aufgehört Ist mir klar, dass bei dir die Aufnahmen bereit sind Nein, ich habe mich zurückgehalten Ach guck mal, da liegt sie Und ich wundere mich immer Wieso ich am nächsten Tag Rückenschmerzen habe Ist das so, wie du schläfst? Ey, guck dir mal hier Wie sie schläft Also Das gibt nicht auch Rückenschmerzen Das gibt auch Verbände am Arm Wartet auf mich Ach, jetzt kann ich es eintragen, ne? Ja Es war ein Phantom Nein, war es nicht Nein, es war ein Schmied Was sagst du Ob und Buch? Was haben wir denn jetzt? Ob, Writing, Ebene 5 Zum Glück sitzen wir hier im Discord Ansonsten wäre wir sowas von verloren Was das angeht Ich habe das Cheat-Ding nebenbei auf Also daher Ja, deswegen Das habe ich auch Ihr schläft Nein, wir ottern Ihr ottert So Hat er das nicht Wo ist ein Dex? Der ist gesteckt Satt, hat die zwei Eingetellt, weil Die zwei sind ja nicht da Ja, ja, du bist Einfachsteig Satt, hast du mal Pillen genommen? Ja Ah Ich habe keine Pillen genommen Ich habe mir gedacht Ich liebe einfach nur ein paar Es war ein Schade Werte, das erwartet Ja, unerwartet Ich habe 42 Geld bekommen